Moin ihr Babos, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Und heute spielen wir was ganz besonderes. TFT. Ich hab Bock jetzt wieder ein bisschen zu klanten, nachdem 7.5 rauskam vor zwei Monaten oder so. Vielleicht drei Monate, weiß gar nicht. Zwei Monate waren es, glaube ich. Ich glaube, habe ich nicht mehr so viel gespielt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und jetzt habe ich wieder Lust gefunden. Und ich merke gerade, dass die Kamera so beschissen platziert ist, dass man nicht nur meine Traits sieht. Deswegen, ähm, weiß gar nicht, ob das jetzt... Ah ja, perfekt. So, ja, was ist da unten? Ist da unten irgendwas? Nur, gell? Trotzdem ein bisschen ungewohnt, dass da jetzt irgendwas ist. Naja, egal, let's go. Wir schauen, was wir hier jetzt erreichen können. Spear of Georgian ist immer gut. Ah, hier sind meine Items. Äh, wo kann ich das dann? Dann ist es doch am zweckmäßigsten. Das unten... Ja, gut, wusste ich, was da ist. Da ist mit so das wichtigste Level im ganzen Scheiß. So, ähm, ja, so, was wollte ich jetzt? Ah, genau, ich wollte die Kamera umstellen. Und zwar nach unten rechts. So, hat Layout und dann nach rechts. So. Perfekt. Alles klar, ja. Ja, mal schauen. Also, Lagun, wenn ich vielleicht Lagun bekommen, wäre geil. Wenn nicht, spiele ich erstmal ein bisschen Ezreal Carry. Okay. Äh, uh, ja. Ich hoffe mal, ich kriege Lagun Trade rein irgendwie. Ah, fuck, hauble, blem. Ich glaube, ich werde sie nicht sp... Die beiden werden ich nicht spüren. Nehme ich lieber die Dukes mit. Vielleicht habe ich hier Glück. Ähm, so. Spear. Ja, schauen, was wir hier so bekommen. Also, ich hätte Bock auf Lagun. Habe ich gerade eben den Spiel, was ich auch aufgenommen habe, habe ich auch versucht. Habe dann einen schlechten Pivot gemacht, äh, in, in, zu drachen. Weil ich irgendwie Shyvana auf Level 8 gerollt habe. Und auch schon. Aber... Ist nicht so gut gewesen. So, Kanonier... Uh, Kanonier hat... Sehe ich mich tatsächlich. Das ist gar nicht mal so scheiße. Wir haben dann drei, vier Kanonier spielen. Oder ich spiele halt einfach Thrill auf der Hand. Ich glaube, Thrill auf der Hand. Das ist dann... Guck, das meine ich. So weit ist. Perfekt. So, jetzt gehen wir ganz entspannt. Ihr das... Ich hätte jetzt schon gerne Lagun drin. Aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir es ja schön in der nächsten Runde. Leveln, weiß ich... Dann müsste ich eigentlich schon leveln, gell? Alles andere macht keinen Sinn. Weil, ich meine, alle Lagoons, die jetzt noch kommen, ja, abgenautes. Wir leveln. Haben wir nächste Runde dann den Vorteil, dass wir vielleicht... Ähm... Ich weiß nicht. Gradieren ist besser als Puse, gell? Ja. Äh, haben wir ja den Vorteil, dass wir eventuell eine Kaisa bekommen. Oder, ähm, den Rest hier. Zack wäre auch geil. Zack wäre wirklich geil, weil dann hätte ich auch noch ein Gradier. Hier drin, ne? Zwei Guardians. Ihr könnt auch schon gute Items bekommen. So. Ah, wieder genau den richtigen Trill. Ich hatte auch, lustigerweise, letzte Runde auch mit Trill auf die Hand gestartet. Okay, er ist stärker. Er ist wesentlich stärker als ich. Alter, Talia ist auch richtig scheiße. Also, ich mag Talia gar nicht. Ja, gut, GG's. Ich kriege ihn nicht mal tot. Oh, das ist an, Lucky. Das nervt. So, was nehme ich mit? Ja, Jacks. Vielleicht habe ich ja Glück und... Ja, das ist schlecht. Sechs Schaden sogar. Dabei habe ich gar nicht mal so ein schlechtes Board. Ich kriege nix rein. Ähm... Ja, was machen wir da jetzt? Ach, scheiße. Das nervt, dass ich jetzt nicht kein Lagun bekomme. Wahrscheinlich haben schon 50 andere Lagunen. Auch gar keiner. Kein Lagun, kein Lagun, kein Lagun. Kein Lagun. Kein Lagun. Also, viele Astral-Spieler. Wer hat auf jeden Fall verkauft. Dafür... Ah, scheiße, die beiden mal. Falsch. Der kann raus. Nee, sie kann rein. Und ich nehme Kavalier noch mit. So. Mal schauen. Ja, das ist halt scheiße. Ich hätte jetzt gerne schon einen Lagunen-Trade drin. Damit ich schon mal sammeln könnte. Aber es sieht gut aus, dass das... Ich würde sogar, ehrlich gesagt, gerne verlieren. Ja, wobei, nee, verlieren sind mal scheiße. Ich weiß, am Anfang, die Winstreak und so. Ist auch wichtig, falls man einen Winstreak bekommt. Ich habe auch schon Lagunen-Zeug. Jetzt geht mir Lagunen-Endlich. So, austauschen. Zack, jetzt können wir nicht anfangen zu spielen. Ähm, Cell, Cell, Cell. Echo ist wichtiger am Anfang. Cell, so, weil ich brauche sie gleich dann auch für meinen Evoker. Aber jetzt kann ich halt mal ein bisschen... Ein bisschen rein, so. Beide werden mit Dings geschützt. So, schauen wir mal rein. Was haben wir hier? Ah, Lost, glaube ich. Das verliere ich auch. Ich überschätze mich vielleicht auch. Aber ich sollte mich auch nicht überschätzen. Schauen wir mal, was hier so geht. Also. Ich glaube. AFK oder was? Ähm. Spear of Jojo. Natürlich in der Mana. Ich dachte mal, früher war das mal so, dass du erst, nachdem du die Ulti gemacht hast, das Mana bekamst. Aber jetzt... Wahrscheinlich schon ewig nicht mehr so. Wahrscheinlich war es auch noch nie so. Ich habe es einfach nur falsch gelesen. Äh, ja, gut. Ähm, wir nehmen mit... Nehmen wir irgendwas mit? Ja, wir nehmen mit. Barion, oder? Einfach ein bisschen stallen. So. Wir haben ein BF Sword. Oh ja. Da sehe ich mich jetzt mal... ...auf dem Giant's Belt. Der sieht sehr lecker aus. Wenn kein Jane Spellt, dann... AP denke ich mal. Ist immer gut. Ja, nice. Müsste ja sein. Dürfte ich bekommen. Yes, sir. Sehr schön. So, Jane Spellt. Das wird natürlich, äh, Six Herod. Das... ...sollte sehr nice sich auswirken. Auf mein Gameplay. Weil das habe ich tatsächlich in dieser Kombo noch nie gehabt. So richtig. Aber das heißt so richtig. Ich habe es noch nie gehabt. So, Punkt. Okay. Das ist natürlich äußerst geil. Ich nehme, glaube, sie rein. Sie raus. Ihn mit rein. Zack. Verkaufen. Zack. Das heißt, Lagun kommt nach hinten. Na, ne, ne, ne. Sie will ich ja noch. Dann kommt er mit nach hinten. Sie gebe ich... Hier gebe ich das hier. Ich nehme ich mit nach vorne. So. Das ist natürlich äußerst nice. Hätte ich die hier verkaufen sollen? Ja, ich glaube, das war der richtige Play. Weil sie progt das halt viel öfter. Mit 45. Das ist schon ziemlich geil. So. Zack. Tankt alles. Zwei, drei, wieder. Ja, das ist geil. Hier kannst du richtig schön stacken. Jawohl. Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Gesund bin ich auch noch. Also healthy. 94. Ich habe auch echt, muss man ganz ehrlich sagen, echt Glück gehabt. Mit den, ähm... Mit meinen Gegnern bisher. Oh, schlechte Gegner bekommen. So. Ah, hier vorne. Set Curry. Good. Gegen ihn habe ich aber schon gespielt. Das war gleich der erste, gegen den ich gespielt habe, gell? Ja. Das heißt, ich kann nicht gegen ihn spielen. Aber ich kann gegen ihn spielen. Okay. Ach, ich hoffe mal nicht, dass ich gegen ihn spiele. Ach, könnte ich sogar gewinnen, oder? Nee, nicht so. So. Das Schöne ist, ich kriege jetzt Gold. Müsste ich eigentlich immer Gold bekommen, gell? Soll ich leveln? Und was soll ich aber reintun für Level? Lohnt sich halt nicht. Ich habe nichts im Reinen. Ah, Trek. Die Mensa. Nee, es ist auch alles nicht sinnvoll. Aber Bruiser könnte ich halt eventuell reinmachen. Die fünf... Die restlichen... Ja, Bruiser. Das sollte ich vielleicht sogar gewinnen. Wenn ich das gewinne, dann ist es auf jeden Fall... Ja, okay, gut. Auf jeden Fall die Diff. So, verkaufe ich, verkaufe ich. Nein, ist okay. War auf jeden Fall Diff. Das war Bruiser Diff. Sehr schöne. Hält auch so lange durch. Nein, noch ist nicht gewonnen. Aber es dürfte eigentlich... Prinzipiell... Yep, ist gewonnen. Yes, okay. War gut. War gut. War gut. Gutes Play, auf jeden Fall. Dar zu leveln und die Winstreak zu halten. Ich hätte ja sowieso, glaube ich, keine Eko machen können. Also von daher passt das. Ähm... Ja, hätte ich auch nicht... Doch, hätte ich gemacht. Aber es ist okay. Vierer Winstreak ist immer gut. Es macht Spaß am Anfang Winstreak zu spielen, weil... Ja... Du halt keinen Loose-Streak spielst. Loose-Streak ist immer scheiße. Winstreak ist halt schwieriger. Logischerweise. Aber Loose-Streak ist... Ja, ist halt scheiße. So. Äh... Ich werde ihn nach vorne stellen. Kriegt er mehr Mana, weil er ultet sowieso. Sie nach hinten. Ihn sogar vielleicht... Ich stelle ihn sogar alleine hier. Ne. So. Ah, ich habe halt noch keine... Nicht viele Lagunen bekommen, aber... Ich bin uncontested. Was supergeil ist. Ja, ich bin uncontested. Das heißt, das könnte ein gutes Spiel werden. Die Kombo ist super stark, die ich spiele. Okay, bringt mir das was jetzt. Ja, kann ich mir... So. Okay, nice. So. Oh, perfekt. Jawohl, 40 Gold. Stabil. Stabil. So. Schön, dass ich gegen ihn direkt am Anfang gespielt habe und den Rest nur gewonnen. Das ist geil. So. Okay. Bekomme ich jetzt hier irgendwas raus von einem Level ab? Hm. Ich denke mal... Es macht sogar Sinn, ihm jetzt hier das zu geben, gell? So. Und dann bleibt er vorne. Oder gebe ich... Nee, es gibt es gar nicht. So. Ich glaube, so ist okay. Ähm. Ich würde sogar... Hier noch drücken, kuscheln. So, ihn nach hinten. Ja, so ist gut. So ist gut. Ja, perfekt. Ich habe wirklich Glück. Ich habe wirklich gerade Glück mit dem einen Gegner. Und das ist, finde ich, sogar mal... Nach dem letzten Game, da habe ich versucht, die Schnauze zu bekommen. Weil es ging eigentlich. Ich habe dann halt mich späten lassen von dem, ähm... Von den Drachen. Es wird doch was, oder? Richtig? Ja. Es muss doch was werden, oder? Richtig? Nee, wird nichts, oder? Nee. Es sieht nicht so aus. Scheiße, ich habe mich... Oder? Komm, nee, ohne. Ah, okay. Na? Hallo. Können wir mal spielen jetzt? Komm jetzt! Ah, nee, scheiße. Scheiße, okay. Ich habe doch nicht Glück. Egal. Das ist 4er Winstreak. Ja, ist okay. Äh, PT, nein. Featherweight? 1, 2 lohnt sich nicht Savage Bin. Wo spiele ich Savage Bin? Nee, auch nicht. Ich habe eigentlich Glück. Aces. Das ist geil. Laguna, aber nur. Nee, dann Cybernetic. Dann Cybernetic. So, dann ist das Cybernetic. Ja, das ist Cybernetic. Weil, die... Ich meine, Combo seht ihr hier oben. Seraphine. Seri. Und... Zack. Ja, kann man machen mit dem. Aber finde ich das besser, weil ich ja mehrere Items geben werde. Und er viele Items bekommen macht, glaube ich. Ich glaube, der Value besser. Weil ich habe... Na, dieser Hohnsohn. Das verlier ich natürlich. Dick. Weil hier dieser Enkel. So. Wäre doch mal geil. Oh mein Gott. Wie viel Schaden er macht. Es nervt so sehr. Und ich kann ihn auch nicht mal wecken. Ich hätte... Ah. Ja, ich kriege ihn nicht mal tot. Er macht 50 Ults. Er ist so stark. Mage ist so stark am Anfang. So krank. So krank stark. Ja, gut. So, ich bin vorne. Ja, weiß ich halt jetzt nicht, gell? Was ich jetzt hier spielen soll. Das nervt. Ich bin mir richtig fett geworden. Wirklich schlimm. So. Aber egal. Die Gains kommen trotzdem. Das ist die Hauptsache. Okay, als nächstes... ...gehe ich dann dementsprechend... Ähm... Ja, das mache ich nicht. Oh, mein Gott. Aber es ist schon 3, 4, 5, 6 ist er schon. Ich war auch level 6. Schon so weit. Ah, ich habe... Guck mal, ich habe meinen Kaiser sogar extra hingestellt. Ich habe gar nicht mitbekommen. Ich dachte, ich bin mir gefickt. Aber ich habe ja umgestellt. Jetzt habe ich mich wieder selbst unterschätzt. So, es muss auf jeden Fall verkaufen. Oh, es ist halt... Es ist wieder... Ich habe halt... Das Problem ist gerade, was mir ein bisschen... ...mich ein bisschen nervt ist, dass mir die, ähm... ...die Laguns fehlen. Ich hätte jetzt schon gerne Seraphine und so weiter und so fort. Aber, wie man sieht, ich habe noch nix. So... Der Hydal aggraviert, das... Oh... 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 Gib mir den. Gib mir den. Ist ja richtig geil. Das war, der der Vormis gefehlt hat. Natürlich... nicht gedacht abgesehen davon ja gut dann gehe ich halt classic so nächste runde gibt es wieder was von lejun 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 so ich bist bei level 7 sein ja vielleicht habe ich dann mal ein bisschen glück bis raptors und mein team fertig aber das bezweifle ich sowieso ja nix dazu tag frei lohnt sich nicht mehr so man sagt hier gebe ich natürlich stehen hier so dann hier schauen wir wieder viel auch sehr oft erstes keine lagun kein lagun value das war gar nicht okay ich hab trotzdem gegen den anderen gegen die sie sollten nicht gegen kaisa kaisa oh geil vielleicht kriege ich mal den besten slot diesmal das wäre natürlich geil besten slot seraphine wäre auf jeden fall mal nette geste nice oh geil noch ein sack schön schön das war eine gute runde gute runde besten slot seraphine jib einmal rein den zweiten sack rein so okay dann hat mich was machen wir was machen wir so das ist ja nichts spielt irgendjemand lagun oder was warum kriege ich hier keine seraphines spiel anscheinend jetzt schon er will wieder seraphine spiel anscheinend aber es ist scheißegal weil ich bin erst an level 7 als er und er ist komplett im arsch so ich muss mal wasser holen ok nice gewonnen ich habe mich halt fertig gemacht skibby wie heißt der Sibby, nicht Skippy. Skippy war, glaube ich, bei 2 1⁄2 Mann. So, machen wir noch eine Old durch. Zack, okay, passt. Bin ich zufrieden mit... Nee, zufrieden wäre ich, wenn ich gewonnen hätte. Ich dachte, ich hätte wirklich gewonnen. Aber ich habe mich ein bisschen überschätzt. Ja, schätze ich, ja. So, kriege ich irgendwas rein? Was hier noch? Zack, 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 zack. Zack, zack, so. Ähm, ja, nö. Schauen wir mal, was wir so hier erreichen können in dem Ruckenspiel. Ich hoffe mal, das ist jetzt wirklich mal meine... Ach, ich muss, glaube ich, mal rollen, oder? Ich muss, glaube ich, rollen. Kriege ich sogar bestens dort hin. Ja, jep. Okay, nice. So, dann sie rein, zack. Volker. Hinten rein, zack, so. Das wird bestens dort tatsächlich. So, hier vorne muss er hinhalten. 2 Guardian, Prusa, 2 weiter. Hier, raus, rein. So, verkaufe ich, verkaufe ich. Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hm, 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 hm. Okay, das sieht super gut aus. Ja, nice, ey. Sehr schön, das war eine super gute, super gute Runde für mich. Hm. Nee, ist scheißegal. Gut, schon ein. 18, 7, 8. So, 50 Leben, passt. Schauen wir mal, wie wir das hier jetzt rumreißen. Umreißen. Ähm. Spiel ich das? Nee. Das ist geil, das spiel ich. Okay, nice. Okay. Das ist gut, I guess. Ich werde das austauschen, ja. Gehe ich auf die Imo auf jeden Fall, ja, ja. Also, für Craves dann. Ähm, das ist für Craves, glaube ich, immer gut, ne? Ja, ist immer geil. Oder ich, ja, schauen, was ich, was ich hier raus probier. Ach, die Dings, auch gut, auch gut, keine Sorge. Kein, kein Weg, schlecht, natürlich. So, die kommen natürlich jetzt. Er kommt mit nach vorne, er kommt mit nach vorne, zack. Frontline, so. Dings, dann All-In, nächste Runde. Ach, Dicker. Oh, er spielt genau dieselbe Kacke, wie ich spiele. Ich habe aber mehr Lagu. Ich habe mehr Lagu-Stacks. Ich habe auch vor allem bessere Seraphine. Ah, nein, ich kriege auch die Schnauze. Aber ich muss halt jetzt rollen, ich werde es halt kommentieren. Er hat ja gar nichts mehr, ich bin sogar im Vorteil. Okay, 37, uff, na gut. HP-Vorteil bin ich auf jeden Fall nicht. Hm, alles gut für mich. So. Zack, zack, das wird gerollt. Ich denke, ich werde ihn auf jeden Fall hitten, oder? Ich werde auf jeden Fall hitten, oder? Yes. So, er muss raus. Hin zu den hier, den hier, den hier. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Okay, gut. Okay, passt. Dann verkaufe ich. Äh, State. Verkaufe ich natürlich auch. Verkaufe ich. Hm, Mist. Ich habe ein bisschen Mist gebaut. Fällt mir gerade so auf. Was heißt Mist gebaut? Nicht wirklich, aber... Okay. Gebe ich ihm sogar, oder? Ne, gebe ich ihm nicht. Das nutze ich nicht. Junge, wie er ausrastet. Gebe kein Overtime-Wold ab. Jawoll. So. So. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Ähm. Da fehlt jetzt noch. Mein Rücken juckt. Mein Rücken juckt. So, jetzt gehe ich into... Was? Ich habe sogar echt gute Items. Fertig. Uh, Yasu. Yasu, 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 Yasu. Das Item suche... Ah, nehme ich Yasu mit? Nee. Okay, nehme Yasu mit. Hm. Alles klar. Zack, Yasu. Gebe ich aber nicht das. Äh, Yasu taue ich mit ihr auf jeden Fall. Dann into Pantheon noch. Ich muss meinen Bot jetzt spawnen. Hm. Ich muss auf jeden Fall mein Bot spawnen. Das ist, macht sonst... Sonst verliere ich jetzt hier viel, wenn ich mein Bot nicht fertig baue. Ähm. Yep. Okay. Ich brauche mein Bot kurz fertig. So, ich schaue mal kurz, wie das hier angeordnet werden soll. Zack. 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 Dann hier rein. Äh, hier hinten rein. Ähm. Zwei, Tempest ist wohl... Ich muss eigentlich... Pantheon wäre jetzt geil, wenn ich den finden würde. Okay, reicht, 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 reicht. Ist nicht overcreeden? Nicht overcreeden. Ich habe ihm das viel erreicht, auf jeden Fall, jetzt in der Runde. Ah, okay. Junge, er macht so viel Schaden. Ja, gut. Sehr characterliche, kommen wir durch. Zack. Sooo, mit Ofen, sehr gut. Hm. Dit läuft, auf jeden Fall. Ah, ich muss halt wieder ein bisschen... ...Eco. Economy. Ein bisschen Economy reinziehen, werd ich, glaub ich, nicht spülen. Sooo... Zack, 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 zack. So ist besser. So wird ein Schuh dreist. So, machen wir mal weiter, hier, mal schauen, was wir hier zu bekommen. Ah, krieg ich den Tod? Ja, das ist eigentlich... Komm, mal ganz drauf an, wie der hier reagiert, aber eigentlich... Ich hab fast bestens... Ah, ich muss, ich muss sogar auf, auf sie gehen, ja. Ich muss sogar für... Fast gar nicht gesehen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Junge, was hält er sich denn? Wollt ihr eigentlich noch mehr? Ja, ja, guck, da muss ich auch... Ja, nee, 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 nee. Aber ich mein, er ist jetzt eh raus, aber... Er ist ja wohl nicht raus! Mach dir das kaputt, Junge! Mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt, Junge! Tschüss! Oh, was? Oh, was zur Hölle? Geh, niemals. Ich brauch... Pfff... Nee, kann ich nicht spielen. Oder kann ich das spielen? Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich brauch eigentlich Dings. Brauch eigentlich Dings. Brauch ich Dings. Pfff... Das muss ich spielen, ne? Das ist alles andere, wer int. Aber ist das wirklich... Nee. Ich inte. Nee, ich brauch Anti hier. Oh, ich hab, glaube, so geintet, oder? Ich glaube, so mies geintet. Ah, auch scheiße! Na, egal, ich muss es spielen. Ich brauch Anti hier. So hart geintet, glaube ich. Ja, was heißt so hart, ne? Ich muss schon... Erstmal, die sind hier rein, hier auf jeden Fall. Schauen wir mal, was ich hier rausbekommen habe. Die Menze. Okay, ja, gar nicht mal... Das ist gar nicht mal schlecht. Gebe ich ihm die Menze? Gebe ich ihm die Menze? Okay. Ja, gebe ich ihm die Menze. Zack. Zack. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Also, naja. Okay, der kriegt auf jeden Fall auf die Fresse, hier. Mr. Aragon. So! Machen wir den mal fertig, hier, hm? Jawoll, hab ich ihn weg, Junge! So, nämlich! Klasse! Klasse, klasse, klasse! Guck mal, guck mal, was hier für ein Platz draus wird. Ich glaube mal, ein Vierter ist wieder mindestens. Er spielt schon wieder unfair. Er spielt schon wieder unfair. Und was hat er denn? Wissbar? Na, gut. Geschenkt. Geschenkt, mein Guter. So! Yeah! So! Nice, nice, nice. Ich hab eigentlich... Ja, ich musste... Ah, die Tischen Scrollen weiß ich nicht, ob es das ist, weil ich muss halt auch schauen, was will ich mit einem weiteren Typie da drinne. Und ich hatte dann halt... Ja. Tja, Tick dich ins Ground. Ach, hier muss... Ich hab nicht mal den mal vorgestellt, ich Idiot. Jupp! Ja, egal. Tick dich ins Ground. Weiß halt nicht, ob du dann... Rotze... Ah, was willst du reinstehen, ne? Was... Das Einzige, was ich reinstehen könnte, wäre noch Evoker, was halt das bringen würde. Boah! Das nervt immer. Das ist das beste Slot sogar, oder? Nee, nicht beste Slot, aber... Ist eh scheißegal. Ich mach so viel, wie ich heile. Okay, gut. Interessiert mich halt wirklich überhaupt nicht. Dann bist du halt... Ja, gut. Yes! Das war mächtig. Äh, verkaufen? Nee, lass ich, oder? Fünf... Ja, ist eh scheißegal. Ich hoffe nicht, wir kriegen die sich jetzt hier gegenseitig mal. Super! Ich bin der Einzige, der noch eine Windstreak hat. So! Ähm... Wir gehen noch nicht weiter rein, richtig. Wir chillen hier noch ein bisschen. Er hat der besten Slot, das ist halt... Ja... Problematisch. Aber trotzdem wird er geratzt. Gibt er irgendwas? Nee, ja. Ja. Egal, wir sind gut dabei. Wir haben sehr gute Sachen. Ich find's eigentlich sogar geil mit diesen Demenser noch. Das find ich ganz lustig. Dass wir den Demenser noch reinbekommen haben. Oh, was ist das denn? Der geht auf die Fresse, oder? Der kann ja niemals gewinnen gegen mein Team. Jawohl! Gib ihn den. Gib ihn den. Gib ihn den. Ah! Gib ihn die Heilung! Schütt, 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 schütt. Oh, komm, komm, komm. Ja, ja, Heilung. 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 Raus, oder? Ne, 14 Schaden hat er bekommen. Das ist gut, tschö. Gutschö. Oh, das ist geil. Das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Sonst hab ich ja eh nichts mehr, was ich besetzen könnte. Na gut, der könnte halt nicht besetzen, nein, aber das ist geil. Nice, ah, pss. Spitzung, na gut, scheißegal. Ah, der hat sogar gilt. Ach gilt, das hat genau reingepasst. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Oh, der hat zwei. Brauch ich auch noch was, ne? Das Ding schon raus, ja, jetzt kann ich rollen, endlich. Ah, rausgezogen, rausgerollt. Oh, Junge. Wieso krieg ich keine fucking Serie? Na, fuck, zu spät. So, das kann ich ihm einfach geben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dass überhaupt was bringt gegen mich. Boah, er nervt halt. Er nervt halt einfach nur mit sein. Aber einfach, ich geb ihn, 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 er kriegt mich gar nicht laut. Ja gut, nice, nice. Tschüss. Oh, das könnte sogar. Ich bin in Top 3, oder? Ja, nice. Könnte ich jetzt, soll ich jetzt schon rollen? Ne, ich hab eigentlich genug Zeit, oder? Spielt ihr irgendwann das? Ne, ich kann sogar chillen. Ah, ich bringe jetzt ja nichts zu rollen. Ich warte noch die Runde ab. Krieg ich jetzt nochmal meine 3, äh, Eko. Dann nächste Runde müsste ich immer 4 bekommen. Mal schauen. Ob ich das gewinne, halt, ist die Frage. 3, ne, das passt halt nicht. Ob ich, krieg ich noch was? Mal schauen, mal schauen, ob ich das hier gewinne gegen ihn. Glaube ich nicht. Agi? Mal schauen. Okay, Geist, soll ich gewinnen. Ist halt Cavalier. Boah, 300 fast. Hab ich irgendwas, was Shredded? Ja, ich hab was Shredded in mir sehen. Boah, nervt halt. Ne, verliere ich. Oder, verliere ich das überhaupt? Ah, könnte ich verlieren. Ja, sollte ich sogar. Oh, ne, verliere ich nicht. Komm, Mann. Mach ihn kaputt jetzt. Mach diesen scheiß Zippy kaputt. Okay, nice. Hab ich gewonnen. Kann mich gar nicht besiegen. Es sei denn. Nein, nein, nein. Wichtig, 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 wichtig. Oh, einen Remover hab ich sogar noch. Oh, hast du einen Rufa? Ne. Was soll ich damit? Das geb ich ihm einfach wieder. So, nice. Dann hab ich jetzt noch nichts drunter ab. Dann fiel mir noch 3 Seraphins. Dann könnte ich eventuell dieses Spiel so gut gewinnen. Also gegen Geist zu gewinnen ist das nicht so schwer. Aber gegen... Spiele haben wir es? Ja, ein paar lockerer Zeit. Aber gegen... Einen richtigen Spieler ist das schon ein bisschen was anderes. Auch wenn ich vielleicht sogar vorher noch was bekommen könnte. Vorher die 50 Gold. Wahrscheinlich nicht, gell? Ne. Ist auch nicht schlimm. Okay, ja. Das krieg ich so hundertprozentig. Das hab ich so hundertprozentig. Hallo? So. Frisch. Ähm. Perfekt, noch einer. Easy peasy. So, schauen wir mal, was kann man noch so hüten. Ich bin hier, um zu füllen. 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 Komm jetzt! Seraphine, Level 3 müsstest du eigentlich easy richten. Junge, er macht so viel Heilung wahrscheinlich. Komm jetzt! Ah, Seraphine! Oh, die macht so viel Heilung! Ja gut, das ist ja not even close, der Kampf. Der ist ja wirklich not even close. Not even fucking close. Sehr schön. Und ich gewinne sogar gegen ihn. Oh, nice. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Roll, ich chill noch. Ich muss immer pissen. Verdammt. So, was mache ich jetzt? Not even close, oder? Ja, gut. Doppelwurms, oder? Der geht auf die Fresse. So. Ah. Soll ich das exekuten? Geil, komm bitte. Gib mir noch Graves 3. Ne, schade. Schade. Ja, gut. Wie gesagt, diese Kobo ist absolut broken. Das muss halt eigentlich... Ja, Seraphine 3 ist halt schon irgendwie wichtig, um Erster zu werden. Ich denke, ich wäre der Erster, oder? Ich bin gerade mein, ich habe ihn gerade auch easy besiegt. Hat jetzt nicht wirklich sich verändert, oder? Was kriege ich jetzt hier noch? Noch ein Last Whisp. Oh, das könnte ich verlieren, oder? Okay. Wieso habe ich das jetzt hart verloren? Da war ein bisschen RNG-Base. Basefalls. Das war RNG. Das ist verloren habe. Yep. So, hoffentlich kriege ich noch ein Yasuo. Yasuo, 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 Yasuo. Ich glaube, es ist wichtiger, Yasuo zu hütten. Scheiße. Scheiße! So, machen wir was anderes. Die Scheiße hier runter. Zack. Zack. Dementser auf ihn? Ja, gell? Gib ich ihm das hier. Und ihr das hier. So. Ähm. Pff. Weißt du, was, was? Ich kann halt nicht anders umstellen. Das ist halt die Scheiße. Ich kann es halt nicht anders spüren. Anders. Ähm. Ich muss halt diesmal ein bisschen Glück haben, ne? Ist halt wirklich nur RNG-Base, ob ich das gewinne. Ah, es sieht nicht so aus, gell? Nip. Oder? Doch, 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 doch. Ey, Junge. Das ist die Difference. GG's. Bist du eigentlich reichen, oder? Oh, lull. Reicht nicht. Oh, ich hab ihn verkauft, oder? Wieso hab ich ihn verkauft? Hä? Wieso hab ich... Achso, ja. Hm, stimmt. Ich musste ja Dings drüber machen. Lustig, wie RNG-Base das eigentlich ist. So wie... Das trifft alles jetzt. Das ist doch nicht normal. Das ist aber auch die Jade-Kombo. Die ist auch relativ stark. Mal gucken, wie die stärker ist. Kann halt prinzipiell auch... Guck, wie das funktioniert. Das ist halt auch wirklich ne starke Kombo gegen mich. Also mit Bart ist stark gegen mich auf jeden Fall. Aber ich fick ihn so hart. Oh, ich fick ihn doch nicht hart. Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Er macht mich kaputt, er macht mich kaputt, oder? Oh mein Gott, was? Dass das jetzt so decisive ist, das wundert mich. Alles klar. Ja, klar. Na gut, egal. Zweiter Platz passt. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.